Don't let your kids watch it! Woa! Da kann der auch helfen! Du Sau ey! Zack! Halt! Woah! Geh weg! Wie schieße ich in dieses Spiel? Mit Enter. Ernsthaft? Geht doch. Ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Richtig überteuert. Das ist einfach ein Skill. Geht doch. Oh! So, ein Lumpstack. Oh, was ist das? Krass! Erste Selfie geschafft! Easy! Wow! So, der Level 2. Ob das Spiel du wohl durchspielen werden? Mal gucken. Oh, geilere Musik. Wow! Ihr Arschlöcher! Wieso haltet ihr so viel aus? Ja, jetzt krieg ich hier doch wieder Fell aus dem Maul oder was. Oh! Der Grand Digi! Grand! Der Grand! Der Grand Digi! Renn doch! Kuh! Kuh! Aber wieso können wir nicht einfach komplett hier oder so spielen? Kann es nicht so sein wie bei Mario, dass man einfach auf die scheiß Gegner drauf springen kann, dann sind die weg. Boah, gib mir dieses scheiß Fick Vogel Ding, Hack Ding auf, ey, Alter. Sprachen lernen, Babbel. Oh, jetzt! Stirb! Nein! Hä, was? Wirklich gestorben? Ähm. Puh. Gestorben. Restart. Krass! Kein Wunder, das man hier hinterher löst... ...en den Preisen. Wieso kann er nicht schwimmen? Was ist los mit dir? Jeder kann doch schwimmen. Ja, ganz ehrlich. Ja, gut. Ja, gut. Aua. Och nie. Pflug dich auf. Auf. Ah. Hat ich. Ah. Ah. Renn doch! Oh, du Kackding, alter, ey. Hey, doi. Spiel. Spiel. Krass. Spiel ist abgestürzt. Spiel, ganz ehrlich, ey, ne? Ganz ehrlich. Ja, doi. Noch ein Neustart, ey. So scheißiges Kackspiel, ey. Level 1 noch mal neu? Also, das wäre doch jetzt ein schlechter Witz, ist das doch. Also, ganz ehrlich. Größte Fickprogrammierung, die es gibt. Schieß doch! Keine Pfeile mehr! Als ob ich keine Pfeile mehr habe. Belastend. Das Spiel ist einfach nur belastend, ganz ehrlich. Oh, 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 oh. Boy! Krass, oh, jetzt schau ich nicht mal das erste Level. Oh, 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 oh. Ich hab so viel Spaß bei diesem Spiel, ganz ehrlich, ey. Ha, der ist gestorben, über den Lappen. Yay, Level 1 geschafft. Haha, ja, Flug-Hack-Ding, halt, hey, fick dich ins Knie. Oh, stimmt, aber was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass ich nur ein Level geschafft habe. Und vorhin noch so, ja, ich glaub, ich schaff das alles, das ganze Spiel noch durch, ja, nichts, ey. Das zweite Level ist richtig abfackert, ey. Ganz ehrlich, ey. Einfach laufen, einfach laufen, hüpfen. Einfach laufen, hüpfen, soweit gehüpft, und tot. Krass, da hat gespielt. Bist wieder abgespielt. Qualitätsprodukte hier. So eine krasse Scheiße, ganz ehrlich, ey. Aaaaaah. Jetzt starten wir die Scheiße nochmal neu. Okay, jetzt versuche ich es nochmal richtig krass ernst. Speedwarn. Aber ich sage, Speedwarn, ey. Ey, jetzt. Hört auf, ich z-wit zu ficken, ey. Jetzt mach ich aber richtig ernst. Jetzt mach ich ganz mit ankündigen, also so richtig. Oh, Mann. Oh, Mann. Hat Janik gerade geschrieben, abo da lassen. Oh, Mann. Ah, alter, ey. Ganz ehrlich. Janik, Janik, Janik. Janik hat mich aus der Fassung gebracht, also. Er hat mir die ganze Konzentration verloren, also das zählt auch nicht. Jetzt, jetzt machen wir es richtig. Ja! Die sind direkt platt vor. Wieso wartet die nicht eben, bis ich drauf will? Ja, sicher, Bruder. Sicher. Ficken! Ich habe keine Feinde mehr. Endlich habe ich dieses Fick-Fillig-Fliegen-Ding, oder was das ist, kaputt gemacht, ey. Sprachenlernen, Bubble. Hallo da. Ach, nö. Nein! 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 Oh, wir haben es fast geschafft, ey. Fast geschafft, oder? So eine Kacke, ey. Ganz ehrlich. Boah! So knapp vorm Ziel, ne? Wir hätten fast das Sight & Lever geschafft, also. Oh, Mann. Ja, das war es auf jeden Fall mit... Äh, scheiße, wie hieß das Spiel? Held's Story 2, oder irgendwie... Ne, Held's Blitz Story 2, kann das sein? Auf jeden Fall dieses kleine Kack-Spiel. Ja. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Oder auf jeden Fall ein Abo da lassen. Das Spiel wird auf jeden Fall gleich wieder deinstalliert. Ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt... Ciao. Euer Christian. Ciao! Vielen Dank.